Hallo, das hier ist ein Kommentar zu Stefan Urbachs Einschätzung über den Beruf des Bankkaufmanns. Dort hat er halt gesagt, er müsste den Leuten Dinge verkaufen, von denen er weiß, dass sie schlecht sind und die er zum Teil gar nicht selber versteht. Ja, ich weiß leider, dass er damit Recht hat, aber er sollte nicht wissen, dass er damit Recht hat, weil das ist eigentlich folgendermaßen. Man hat herausgefunden, wenn der Bankkaufmann sich unsicher ist, ob er ein gutes Produkt verkauft oder wenn der Bankkaufmann weiß, dass er ein schlechtes Produkt verkauft, dann ist der Bankkaufmann nicht besonders gut gelaunt, während er das Produkt verkauft und der Kunde kann ihm das quasi ansehen, dass er Zweifel hat, ob dieses Finanzprodukt gut ist und wenn der Kunde ihm das ansehen kann, dann käuft der Kunde das Finanzprodukt eher nicht. Und deshalb ist es eigentlich die Aufgabe von Leuten wie zum Beispiel mir, die Wirtschaftsmathematik studiert haben, die mathematisch was drauf haben und die wissen, wie auch ein bisschen Ahnung von Wirtschaft haben, ist es die Aufgabe, ein Finanzprodukt zu entwerfen, wo eigentlich Müll drin ist, aber wo die Zahlen und das Statistikmaterial so aufgewertet ist, dass der Bankkaufmann sich das anguckt und sagt, das ist ja mal ein toller Deal, da würde ich auch einsteigen, das würde ich auch kaufen. Weil genau diese Einstellung soll der Bankkaufmann haben, denn wenn der Bankkaufmann mit dieser Einstellung an das Produkt herangeht und mit dieser Einstellung das Produkt an den Kunden verkäuft, dann ist der Kunde eher bereit, dieses Produkt zu kaufen. Und ja, wie es funktioniert, es ist im Grunde sehr simpel, es ist genauso wie Bilanzfälschung oder wie die Fälschung von Statistiken. Ich meine, wir kennen ja das Sprichwort, glaube keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Und ja, was macht man da zum Beispiel? Ich möchte ein Beispiel nehmen, das nach Möglichkeit ziemlich einfach zu verstehen ist. Man hat vielleicht eine Tannenbaumfarm, die sich nicht mehr rechnet, aber natürlich wirft diese Tannenbaumfarm im Dezember trotzdem noch Gewinner ab. Aber innerhalb des ganzen anderen Jahres werden diese Gewinne halt aufgefressen und sogar noch mehr, weil die Pflege und so dieser ganzen Farm ist viel zu teuer. Und im Dezember werden dann aber trotzdem Bäume verkauft und man macht einen kleinen Gewinn im Dezember. Dann nimmt man jetzt den Dezember und sagt, okay, im Dezember haben wir so und so viel Gewinn gemacht. Und dann macht man jetzt eine Grafik und sagt, was wäre, wenn jeder Monat im Jahr Dezember gewesen wäre. Das schreibt man dann da auch drunter, aber man benutzt Fachbegriffe und Begriffe, damit es weder der Banker versteht, noch natürlich der Kunde. Also so, dass der Laie es nicht mehr versteht. Und dann steht da im Grunde, ja, sie kaufen jetzt diese Tannenbaumfabrik und die macht prima Gewinne unter der einzigen Voraussetzung, dass jeder Monat Dezember wäre. Und dann hat man ein gutes Gefühl dabei. Und wenn man dann noch ein bisschen weiter geht, weil meistens nur eine Tannenbaumfabrik zu verkaufen ist, ist eigentlich nicht das, worum es dann geht. Sondern dann nimmt man noch was anderes mit rein. Zum Beispiel eine Sonnencremefabrik, die auch nicht gut läuft. Und dann klüngelt man das so zusammen. Und dann geht man halt nicht hin und sagt, so viel haben die zusammen im Dezember verdient und so viel in den Dings. Nein, man guckt, okay, und die Sonnenmilchfabrik hat im Juni so viel verdient. Und dann addiert man das aufeinander auf und sagt, wenn für die Sonnenmilchfabrik jeden Monat Juli wäre, wenn, angenommen, Juli ist jetzt der beste Monat, und wenn für die Tannenbaumfabrik jeder Monat Dezember wäre, dann hätten wir zusammen einen Gewinn im Jahr von... Und das schreibt man dem Banker dann auf, auf einen Zettel, und dann weiß der Banker, okay, das sieht sehr profitabel aus. Das kann ich guten Gewissens an meinen Kunden verkaufen. Und genau das soll der Banker denken. Und mit dieser Einstellung verkäuft es sich einfach leicht an den Kunden. Und natürlich, es ist nicht wirklich vielleicht in Ordnung, aber man sagt, was man sagen kann ist, im Grunde sind die Leute auch selber schuld, wenn sie immer diese Erwartung haben, dass man aus allem so viel rausholen können müssen tut, wie sie das erhoffen. Wenn sie sich da von Ackermann sagt, ja, wir brauchen jedes Jahr so und so viel Rendite, 25 Prozent oder was. Dass halt Leute, die sich diese Denke, diese Art zu denken, abgucken, die wollen dann von ihrem Banker auch genau so etwas eigentlich vorgelegt bekommen, wenn sie ehrlich sind, und die wollen sich halt selbst betrügen. Der Ackermann kann diese Renditen erwirtschaften, weil er halt diese kaputten Unternehmen vorher aufkauft, dann von Mathematikern in solche Papiere zusammenfassen lässt und dann weiter an die Kunden verkauft zu einem höheren Preis. Zu einem Preis, der scheinbar, wenn man diese Rendite sieht, die dort im Dezember gemacht wird, ja durchaus legitim ist. Unter diesem Preis kann er es dann verkaufen und natürlich ist da dann eine Riesendifferenz. Er bekommt das ja fast hinterhergeschmissen, weil es nicht richtig läuft, das Unternehmen. Und er macht dann eigentlich nichts anderes, als die Unternehmen alle zusammenzuschmeißen und auf dem Papier irgendwie das so umzuverändern, dass das alles ein bisschen schöner aussieht. Und ja, dann versieht er das Ganze mit einem Preis, den er denkt, wenn die Zahlen so aussehen, könnte man dafür verlangen. Dann wird dem Kunden das angeboten und wenn der Kunde das dann käuft, meiner Meinung nach ist der Kunde selber schuld. Ich kann nur empfehlen, wenn jemand in der Bank käuft, nur Sachen verkaufen, die man ganz sicher versteht. Und wenn der Banker einem einfach nur so ein paar Zahlen vorlegen kann, die schön aussehen oder wenn er immer nur auf bestimmte Zahlen rumhackt, auf bestimmte Werte, dann ein bisschen misstrauisch werden und sich überlegen, ob man nicht vielleicht lieber gar nicht dort investiert. Und ja, was halt sehr gerne gemacht ist, dass halt so ein Mix gemacht wird, weil von einem einzigen Unternehmen das zu machen, da fehlt dann irgendwo immer die Berechtigung, sag ich mal, warum man jetzt die Bilanz und so anders darstellen sollte, als es üblich ist. Oder es gibt dann auch so komische Verträge, wo mit dem Kunden so Sachen abgemacht werden. Ja, die Sonnenmilchfabrik gehört dir dann, aber du kriegst die Profite von Oktober bis März und die anderen Profite behalten wir ein. Und dann wird dem trotzdem so die komplette Sonnenfabrik gezeigt. Das kann eine Sonnenmilchfabrik sein, die gut läuft und ihm wird das dann so präsentiert. Und aber im Kleingedruck und so steht, aber sie bekommen nur die Profite von Januar. Ja, schöne Idee, wenn man Sonnencreme verkäuft. Also so, da gibt es so ein paar kleine Tricksereien, aber im Grunde genommen sollten die Menschen das doch inzwischen wissen. Man weiß dann doch, worauf man sich einlässt. Also so, da gibt es so ein paar kleine Tricksereien,